Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback wieder im Freeroam und diesmal haben wir einen ganz speziellen Club hier am Start, nämlich der ultimative, böse, Porsche Club, super tolle, Byron Bay, Fortune Rally meets, nee, Byron Bay meets Fortune Rally, was weiß ich was, Porsche Club, ist egal, da müssen wir den Namen nochmal absprechen, ja, es kommt noch nicht ganz an den Zubra Club ran. Ja, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund an den Stimmen, Googie ist am Start, der Duki von Abgefahren ist am Start, Dave King ist am Start und natürlich, wie kann es anders sein, der Lukas, der LP05 ist am Start. Hallo, guten Tag, Porsche wach, mein Porsche auch wach, achten wir nicht immer schlafen, guten Morgen, ja, dann kann ich auch nochmal schlafen, Porsche schläft, Porsche müde, Porsche schlafen, ey, meiner kann auch schlafen, Porsche wieder wach. Ich frag mich ja wirklich, wo das Hinterrad, da wirklich verschwindet, ist da eigentlich kein Platz für mich, aber okay. Ach doch, da ist das noch. Ja geil, ey, was machen wir heute, Leute? Da wird immer ganz viel weg, genau. Ich sag ja immer fahren und fahren lassen. Willst einen fahren lassen? Ja. Genau, wir wollen einen fahren lassen. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon alle so schön stehen, machen wir einen Track Race, oder? Track Race, ist klar. Also wer hubt dreimal, beim dritten Mal hupen geht's los? Der, der in der Mitte steht, hubt dreimal. Okay, super, toll. Ach, das war Nitro, Entschuldigung. Eins, zwei, drei! Kann man einfach wechseln. So, warte. Hallo? Ich hab keine Hupe. Doch, du hupst zu, aber... Hat jemand eine laute Hupe? Wieso, ich hab dich eh gehört. Okay, ich... das. Hört man das? Die hört mich, ja, die haben mich grad nicht gehört. Ja, dann hupe ich halt, dann hupe ich halt dreimal. Okay. Dann hast du mich aber kurz den Vorwärtsgang eingehen. So, okay. Ich sag noch eins, zwei, drei dazu, okay? Das ist fair. Eins, zwei, drei! Der, der ansagt, hat halt den Vorteil, dass die S... Ach, so war's gar nicht. Nee, nee. Mein Getriebe ist da viel zu lang, ich bin so durch Turbo. Ich glaub, ich hab ne zu niedrige Stufe im Porsche. Ich hab keine Bock zu fliegen. Ich freil mich. Da fliegen sie, die Porsches. Irgendwo war da noch mal einer. Ist gar kein Wetter, der ist gar kaputt gegangen, das ist Quatsch. Also Porsche war auch schon mal in Offroad aktiv, also das geht schon. Ja, vor allem das Wuschige ist, der... Ich hab auch bestimmt 300-Meter-Sprünge gemacht. Ja, er ist er, der nicht fahr, wenn man den auch Offroad verbaut, ist eines der besten Offroad-Fahrzeuge. Der ist auch als Racer ein. Welche Stufe haben wir eigentlich heute? Ja, als Racer ist er sowieso das beste Fahrzeug. Nee, ich glaub nicht. Das war schon ein Vorgängerteil so. Aber der Regera, der Regera war bei mir schneller. Der Regera und E30 sind ähnlich gut. Nee, der Regera hat nur mehr Topspeed. Aber der beschleunigt bei weitem nicht so gut, geht bei weitem nicht so gut um die Ecken wie der Toppeed. Also bei mir ist der im Oval schneller, der Regera. Drei Sekunden. Ja, der Toppeed. Aber von der Beschleunigung ist der Porsche deutlich zugegangen. Ja, ja. Also du wirst mehr Rennen mit dem hier gewinnen, oder? Oder auch mit dem M3, E30, der ist auch richtig stark. Jetzt hat man die Oqual, der Oval. So, sollen wir loslegen? Ja. Ja, alles klar. Alli, hallo und herzlich willkommen. Ist das jetzt schon Folge 2? Ja, das war jetzt Folge 1. Dann machen wir nochmal einen Sprung, dann haben wir Folge 2. Das ist effizient. Dann machen wir ganz viele Slowmos rein. Dann können wir das auf 10 Minuten strecken, wie das so richtige professionelle YouTuber tun. Und dann werden wir gerade konsistent ins Heck rein. Bei mir nicht, nur einmal. Ich hab fast einen Burnout hinter mir, einen Rollstuhl in mein Auto rein. Bei mir ist mir gerade ein Infinity hinten reingefahren. Ja, siehst du die Karma. Ich bin jetzt mal zu der Tankstelle, mein Auto ist kaputt. Was kann man eigentlich so machen? Ich hab noch nie Multiplayer gespielt. Ich hab einmal ganz kurz so eine Listen-Dings gemacht. Man kann rumfahren. Oh, und Leute rammen. Effizient, sehr gut. Oh, sorry. Warte mal kurz. Ich hab ja das gleiche, wie meine Zuschauer sagen, auch ein bisschen Need for Speed gezockt. So in meiner Freizeit sozusagen. Ab und zu mal ein bisschen. Da haben wir jetzt keinen Livestream gemacht. Ja, genau. Richtig. Was sind das nicht nur Simulationsrennspiele? Ich find das schon, also es kommt schon an Assetto Corsa 2 dran. Auf jeden Fall, was jetzt bald rauskommt. Was sagst du besser? Assetto Corsa oder Need for Speed? Wo seid denn ihr denn hin? War gefühl, auf jeden Fall Need for Speed. Aber das ganze Spiel ist halt Assetto Corsa besser. Also de facto ist es halt so, dass echte Rennfahrer schon eher Assetto Corsa nutzen wie Need for Speed, aber auch schon Need for Speed. Aber auch nur, weil Need for Speed noch nicht so lange draußen ist. Das muss nur dazu sagen, die meisten sind ja noch nicht umgestellt. Wo seid denn ihr denn hingefahren? Ich find euch nicht mehr. Und wenn die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, das ist so ein kleiner Insider, der sich mal bei mir in den Kommentaren wiedergefunden hat. Das Problem bei Assetto Corsa, nee, das Problem bei Need for Speed ist halt einfach, dass die Strecken nicht Laser gescannt sind. Das ist das einzige Problem. Ja, das ist das Thema, ja. Bist du etwa hier schon gefahren, Dave? Kannst du das beurteilen? Du merkst sowieso gar nicht den Unterschied. Also die Nordschleife fand ich hier schon relativ geil. Oh, sorry. Ich bin jetzt mal still, sonst meldet sich Ian Bell noch und sagt, dass die ganze Straße hier auf 0,5 mm genau abgescannt ist. Abgedrohnt wurde. Abgedrohnt, ja. Sonst drohen die noch mit Scannung. Das Problem ist, da ist der Multiplayer nicht ganz synchron ist. Das heißt, wenn wir uns mal bei uns rammen oder der ein der anderen rammen, es kann sein, dass es nicht... Also Lukas, bei mir haben wir uns nur im Tunnel dann berührt. Ah, ihr seid ja so weit vorne. Dann fahren wir nochmal zurück. Ich hätte nicht tunen sollen. Nein, hättest du nicht, nein. Aber ich war noch so gut wie Standard. Ich hab vergessen zu wechseln. Beziehungsweise ich hab vergessen, dass das Ding erst gekauft wurde. Also, man muss sagen, wir haben glaube ich keinen anderen in der Lobby. Wir haben quasi wirklich eine Private Lobby gerade. Geil, ist das was ungewöhnliches? Ja, das war mein positiver Einfluss. Ich glaube auch, in diese österreichischen Lobbys kommt will keiner. Dafür lenkt sie aber auch. Österreichisches Karma. Jetzt. Das klingt wie bei mir auf der Straße, auf der Hauptstraße. Die ganzen Tag so. Jetzt sind die ganzen Pixelhelden-Fans. Hallo Ray, hallo. Ja, genau. Die fahren alle, die sehen alle mein Auto im Hof stehen. Die kennen das ja alle auch. Und dann, ah, guck mal, da wurde Ray. Hub, hub. Die ganzen drei. Das klingt jetzt noch bei mir in der Tiefgarage, weil meine Alarmerlage meinte loszugehen. Das ist immer schön. Die ganzen fünf Pixelhelden-Fans. Ja, damit hast du alle Pixelhelden aufgezählt. Wir sind die einzigen Fans von uns selbst. Das ist eine Pixelhelden-Fans. Nicht aus dem eigenen Pixelhelden. Genau. Ja. Das war der Plan damals. Da haben wir gedacht, nee, da macht jetzt jeder was für sich. Oder wir waren zusammen, sind direkt schon Fan. Fünf Abonnenten, ja. Gleich direkt fünf Abonnenten. Oh, wir sind doch keine private Lobinär. Hätte das mal alles alleine gemacht. Ja, die mobben wir jetzt. Der Porsche-Club ist jetzt ein Porsche-Fahrer. Wir müssen das neue Porsche-Image jetzt pflegen, ja. Was machen wir, wenn er auch Porsche fährt? Wir müssen jetzt BMW-Fahrer ablösen. Als Drängler und Provokateur im Stand. Was machen wir, wenn die auch Porsche fahren? Provokateur und Totomobil. Ja, dann ist blöd. Oh, noch mehr. Dann müssen wir auf BMW wechseln. Oder Audi 1 und 2. Dann dürfen wir auch rammen. Ja, dann ändert sich zwar nichts, aber ich hoffe, ihr könnt das alle mit Humor nehmen, ja. Da draußen, aber ein paar Fragen. Hier drinnen nicht, oder was? Oder draußen. Hier drinnen nicht, oder was? Ja, wir nehmen das ja eh mit Humor. Ja? Oh, ich hab grad meine Hälfte. Eine Ahnung. Porsche ist Elite. Es gibt nichts Besseres als Porsche. Porsche lebt hoch. Ja, das hab ich jetzt ja nicht ausgesagt, aber es ist schon. Ja, das ist schon so. Nee, ich hab ja gesagt, wir müssen Porsche neues Image verfahren. Das neue Image ist ja aber eher ein schlechtes Image, was ich damit jetzt bezweckt. Illegale Straßenreffrennfahrer, die wir dann haben. Weil eigentlich ist ja das Porsche-Image eher alte Säcke. Alte Säcke fahren. Vorher kann man es sich nicht leisten. Und jetzt erledigen wir das Image auf junge Säcke fahren Porsche mit Lupferberg. Und sind sehr provokant im Stand. Sehr provokant. Porsche ist müde. Oh, darum. Oh, darum. Oh, okay. Ja, gut. Dann drehen wir halt um. Okay, Dave war nicht da mal ein bisschen umdrehen. Sorry. Ich hab, glaub ich, genau so wie du gedreht. Also, wenn wir geghostet wären, wären wir ineinander gewesen. Das wäre ziemlich sexy. Oh, ja. Die Porsche, ich dachte, das hört mich mal ein bisschen an. Ich kann das noch ein bisschen weiter ausführen. Das klingt aber schon geil, wenn ihr da so vom BR-Kunden da kommt. Oh, ja. Achtung, Porsche im Weg. Wieso war mir klar, dass Dave wieder genau der ist, der einen packt? Oh, sorry. Ich bin halt... Ich bin gerade die Infiniti-Fahrer gemobbt. Oh, mein Auto liegt oben da. Ich bin der Einzige, der hier das Porsche-Klichee erfüllt. Alte Säcke haben halt keine schnelle Reaktionszeit. Wim, du bist ja der Älteste von uns. Ganz vergessen. Absolut. Gugi, wo bist du? Er ist der Säckigste von uns. Warte, warte, warte. Ah, nein, 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 nein. Ich komme nicht hoch. Ah, jetzt bin ich wieder da. Akira Abati. Abachi. Oh Gott, ey. Ich sehe Licht am Ende des Fußes. Das war nur ein Scheinwerd. Im Tunnel ist auch Licht. Oh nein, das ist so lecker, wenn der im Entgegen kommt. Vielleicht meint er das obere Ende des Tunnels. Ah, Alter. Aber ab und zu sind schon böse Legs gerade drin, ey. Aber ich glaube, das liegt eher an den... Ja, aber da ist recht, wenn Leute nachschauen. Das hier ist ein Ort drin. Naja, ich wollte gerade sagen, das liegt, glaube ich, eher an den Leuten, die rum... Weil der den ganzen Verkehr mit allen synchronisieren muss. Das ist halt richtig so... Rumjoinen. Ich glaube, die nutzen den F1 2017 Netcode. Es gibt so viele Netcodes, die man nutzen könnte, die super gut sind im Moment. Oh, den Tanksteller, da könnte ich mich ja mal reparieren, wenn da nicht eine Leiblinge im Weg stehen würde. Oh ja, bitte, ich will auch. Ja, genau. Oh, meine Scheibe ist gerade zurückgewachsen, sozusagen. Oh, meine auch. Ich hoffe, jetzt sind sie wieder da. Ja, stimmt bei mir auch. Aber jetzt ist es mir ein bisschen sauber. Ja, gut, Leute, dann. Das ist aber schön, ey, ein Spiel, wo man alles wegkrammen kann. Das ist ja herrlich. Soll ich öfter mal spielen, oder? Ey, mein Auto ist nicht repariert. Wie mit Ansage. Ich habe nichts gemerkt. Ray, das war ich nicht, ne? Das war ich auch nicht. Jetzt muss Dave aber nochmal. Das war ich jetzt. Alter, die Bremsen sind nicht so toll. Muss doch wieder die Tanke hier weg da. Ich habe mir extra die ADAC-Lackierung gemacht. Ich kann helfen, Leute. Ey, ihr seid beide gerade an mir super knapp vorbeigeschrammt. Erst Ray im Vorwärtsgang und dann Lukas im Rückwärts. Hier sehen Sie junge Menschen, die einfach keine Wertschätzung zu Porsche haben. Ich ständig... Ich stelle dich einfach so neben und tue so, als wäre nichts. Ich wäre ein richtig schlechter Millionär. Was ist das Verhalten der jungen Porsche-Fahrer? Was ist das? Wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie zum Frontantrieb. Das will ich auch. Das kann man doch bestimmt mit dem Tandem-Burnout machen. Jetzt pass auf. Ja, hat geklappt. Oh mein Gott. Ich muss mich doch mal kurz... Ich muss jetzt hier irgendwie mich rein... Okay, das wird schwierig. Oh, da noch ein bisschen... Ah! Ah! Das Benni-Hill... Das Benni-Hill-Theme wäre hier so perfekt. Okay, ich helfe! Ich helfe, fährt einfach straight durch! Klappt wunderbar! Oh, geklappt! Donut, was auch immer. Hä, wieso kann ich keine Donuts mehr machen? Dann kriegen meine Zuschauer, gehen wir in eine Folge und denken so... Oh, der wieder Freeroom, die werden jetzt nicht mehr Fortschritt machen, irgendwas Sinnvolles tut. Nein, das stimmt! Das wird eine Folge zumalke schlimmer. Jetzt geht's mit Donut auf der Stelle. Ach, wenn ich irgendwann mal eine Donut-Ul-Aus mache. Jetzt machen wir das aber nicht so. Also, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, Leute, wie meine Felgen roben. Mach weiter die Donuts. Ich versuche dann rundherum einzusteigen. Ja, das habe ich ja bei dir auch gerade versucht. Ja, ich habe ja rückwärts gemacht. Sollten wir dann vielleicht den Flugplatz nehmen und nicht direkt eine Tankstelle am Ecke? Doch, das macht man da so. Also, ich möchte erst mal eine Bobbuss schuldig mir jetzt an der Tanke. Haltungsnote 1 plus. Die kriegen auch schön viel Umsatz jetzt. Oder gar keinen Wahl, weißt du? Guck mal. Die haben auf jeden Fall Karazza, Dave. Da ist was für dich dabei. Den Spruch hatten wir mal bei unserer Waschbox bekommen, weil der Besitzer hatte nichts gegen uns, aber die Kunden wollten nicht mal in die Staubsauger, weil sie Angst vor uns hatten. Ich hab dir noch mal... Ich hab dir die Staubsauger gehen, oder was? Wir standen da nur. Also, wir sahen doch irgendwie nicht böse oder aggressiv aus. Ich hab doch... Wir hatten doch keinen Haft-BP-Slang raus. Schluss nicht mal, warum wir aggressiv sein sollen. Guck mal, wie aggressiv die Staubsaugen. Nee, da geh ich nicht hin. Komm, wie die ja stehen, Alter. Wie die ja stehen. Also, nee, so steht keiner. Vor allem, wie geil das aussieht. Wie komisch Tyler nach hinten guckt, ey. Alter, der brächt sich ja einen Arm, wenn er... Alter, bei mir hat er sich grad voll den Arm gebrochen. Da gibt's noch mal. Komm, Dave hat bei mir keinen Zaun. Ich krieg ihn da aber nicht hin. Gerne, in derigt ihr ... Gwie wieder aber danach auch. Gehe, gib, gehe, gib, gib, gib! Los, mobbt ihn, weg mit ihm! Robb ihn! Ja, der Adachi. Königsegg, was ist das? Doch, doch, Königsegg! Bei mir hat jemand kommentiert, nur Trottel fahren. Genau das machen, was uns an Open Lobby stört. Drauf, rigura. Zauder ab. Er schafft es aber nicht. Jawohl, Dunky. Oh Gott. Der hasst auf einmal die Marke Porsche, glaube ich. Das ist schon mal safe. Oh ja, ich tue so, als wäre ich die Überwachungskamera der Tankstelle. Alle Einheiten. Ey, jetzt habt ihr mich so gerammt, dass meine Kamera vom Dach gefallen ist. Alter, da steht aber mal so ein Kohleautomat auf einmal neben mir. Ich habe Ray mit dem Dixi-Kohle abgeschossen. Okay, ist ein Kohleautomat. Wow, er ist weggeflogen. Guck mal, er sucht Schutz hinter mir, weil ich gerade aktuell nichts mache. Es ist aber ziemlich naiv, sich vor einem BMW zu verstecken. Alter. Da kam mal Dunky an. Ah, shit. Jetzt wieder her. Hört ab. Wo ist der Kohleautomat hin eigentlich? Leut, Assis, Alter. Keine Ahnung, der war mal neben dir. Jetzt ist er, glaube ich, mit mir hinten. Lukas ist irgendwie in dir reingefahren. In dich. Und dann ist der... Boah, der klingt aber geil, der Regierer, ne? Duki, wir haben dasselbe Farbschema. Nice. Ja, der Elektromotor ist so schön. Wollen wir Vögel? Falsche Richtung. Klar. Was, falsche Richtung. Warum, falsche Richtung? Oh, achso. Achso. Was ist denn? Wo ist er denn? Ich dachte, wir jagen unseren Träumen und Wünschen hinterher. Ja, deswegen war ich ja hinter dir her, Duki. Oh. Juuu. Juuu. Alter, oh Gott. Daves Karre sieht halt immer aus wie so ein richtiger Schrotter. Achso, das war ein Audi. Hoppala. Ups. Hör auf, meinen Pagani zu beleidigen. Egal, jetzt kein Porsche drauf. Dave ist wahrscheinlich der größte Raubild, also der Raubild mit der größten Wertminderung. Wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt auch CD-Abonnenten. Was haben wir für Abonnenten? Ich weiß nicht, der Königs FH können ja ein Abonnent von uns sein, weil der die ganze Zeit Schutzball sucht. Das war die KI an der Seite. Er ist ausgefliegen. Und er ist leck. Ihr seid doch, ihr seid ekelig. Ich hab ihn gerade in mein Herz geschlossen. Akira, falls du das sehen sollst, ein Abonnent sein sollst. Das war keine Absicht, die anderen sind schuldig. Du hättest einfach Porsche fahren müssen. Ich wollte ihn gerade in meinen Hubraum einladen. Das ist kein Problem. Akira, falls du das siehst, tut mir leid, aber du wurdest voll geklatscht, dein Spaß. Das ist ein Batsch. Ich höre jetzt auch mal Duki von hinten. Von wegen, Duki. Man muss schon vorher aufstehen. Man muss nur mal das Bild ausblenden. Und was ihr da erzählt, finde ich schon, ja. Also ich hab einen richtig dicken gerade gewohnt. Wir haben voll geklatscht, die ganze Gruppe. Ey, pass auf, wo du nach hinten steppst. Duki, aufpassen. Jetzt hab ich dich. Krass, ich hab ungefähr drei kmh dazugewonnen. Porsche müde. Porsche schlaf. Porsche müde. Macht eine Porsche gegen noch was Effizientes? Sondern nur Leute mobben und im Kreis fahren. Bursche wieder. Was macht man sonst in Need for Speed? Ja, aktuell kann man eh nur rumfahren. Also, Lukas, fahren wir mal voraus. Ich glaube, so wie wir gerade stehen, ist alle gegen Lukas. Spielen mal, haut den Lukas. Es trifft sich gut, wir haben kein Rackfest. Dann spielen wir halt. Boah. Ihr müsst euch Rackfest holen. Das müssen wir möglicherweise immer zocken. Ihr müsst euch das alle kaufen. Das hab ich doch schon ewig. Das haben wir sogar schon mal zusammengespielt. Was ist da gerade passiert? Ich hab dich ausgenockt. Bitch. 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 Ich muss mir das Ding echt noch holen. Der mit seinem alten Porsche. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach Fang. Ja, einer ist und derjenige, der ihn dann hat, der ist dann. Aber das ist doch voll von Forza Horizon geklaut. Das ist nicht von Forza Horizon geklaut, solange es vor uns meine Munde kommt. Ah, race nochmal. Wir gehen jetzt zum Flugplatz und dann machen wir das ganz schnell. Und in der nächsten Folge machen wir das die ganzen Folge. So. Vielleicht. Sorge. Sorry. Aber du hast mein Auto so voll displaced und dann konnte ich nicht mehr anders. Aber hab ich effektiv, die Wand drücken ging noch. Das hab ich noch hingekriegt, ja. Ist das schön. Der Notfall. Ja, du, ich war nur ein Carrera RSR. Der ist total leicht. Das kann gar nicht sein, dass ich dich wegdrücke. Der wiegt nur 800 Kilo oder so. Naja, der Fahrer in ihm drin macht halt den Unterschied. Ich. Willst du jetzt damit sagen, dass Lukas minus 200 Kilo liegt oder wie? Erst hab ich dich mit meinem Hack weggenockt und dann mit meiner Front. Hack weggenockt und dann mit deinem Knock weggehackt. Knock weggehackt. Ich glaube, man kann ja mal hier so mit diesen leichten Bridges und so witzige Versuchen mit der KI machen. Also einfach so beide Rahmen gleichzeitig in so einen BMW rein und dann fliegt der acht Kilometer. Der konkret zum BMW tendiert. Ja, die Fliege machen. Da kann man doch bestimmt den Abhang runterfliegen, oder? Hui, alter. Alter, diese Brücke ist so geil mit den Lichtern. Versteh ich nicht. Wo seid ihr denn? Oh, ihr seid schon weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Wo seid ihr jetzt? Ach, hallo! Hallo! Fast bei den Ausgleichen. Wow! Das war gerade so passend. Oh Mann, was für eine Idioten-Folge, ey. Aber bei uns Idioten kann ja auch nichts anderes rauskommen. Und jetzt bin ich auch noch mit dabei. Idioten-Fuck, boah. Times 10. Jetzt weiß ich mich, du, die auch genauer war. Es geht genauso weiter wie überhaupt. Es färbt ab. Es färbt ab. Das ist auch noch ein Community. Aber wir wollen jetzt hier aber auch nochmal ausdrücklich sagen, also das, was wir gerade mit Akira gemacht haben, war nicht in Ordnung. Also man sollte wirklich nicht rum... Also wenn ihr so Crash-Scheiße machen wollt, könnt ihr es gerne in privaten Lobbys oder so machen. Was die Leute eigentlich wissen, das war mit Akira abgesprochen. Weil man den Spaß nimmt. Also deswegen nochmal dicke, fette Sorry an Akira. Das war echt... Ist nicht wirklich in Ordnung. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Nach dieser Ansprache, ich jag gerade den Nächsten. Er selber schuld. Wo ist das Cookie? Was? Bist du das? Komm her! Ja, ich war noch mal Tune, meine ist extrem unter Power-Tune. Eher unsere Entschuldigung, würde ich sagen, aber wir können unser Beileid aussprechen. Ich nehm. Wir seien für nichts. Duki ist mir hinten reingefahren. Nein, das ist nicht Duki. Ah, dame. Duki ist ja hier. Beste Ausflug, die wir jetzt abschließen konnten, war Geisterfahrer. Sehr gut. Alter! Alter Schwede! Wo! Was geil ist, auf der Mini-Web, dieses Dreieck, was er uns anzeigt, also wenn man einen Überschlag macht, dann macht dieses Dreieck auch einen Überschlag. Ich glaub das ist eher ein Pfeil. Krass, probier mal. Ich hab's halt für einen Fall. Fangen wir mit rein in den Dreieck? Wir sind alle im Kreis gefahren. Pfeil ist ja auch nichts anderes wie ein Dreieck. Aber er hat ein Pfeil meistens noch einen Strich dabei. Das war ja richtig, eben, ist ein Dreieck. So Dave, jetzt kommst du auf mein Gesicht. So, was machen wir? Pst! Gott! Was passiert eigentlich, wenn man das Luftfahrwerk einschaltet und jetzt fährt jemand einem rein? Dann bist du das Kaputt-Paar. Oder auch nicht. Der schläft immer noch. Und was ist passiert? Porsche-müde! Ey, ich hab ne Idee, wir könnten... Ey, aber ganz ehrlich, grad eben sahst du echt so aus wie so'n Wrack. Weil du stehst einfach so am Rand, total kaputt. Wie ein Wrack! Danke, Ray! Für die Beste und Sakko und so. Danke, Ray! Also du siehst doch echt aus. Das ist wirklich eine Verfolge. Vor allem, nicht dein Auto sieht aus wie ein Wrack. Du siehst aus wie ein Wrack! Du siehst aus wie ein Wrack! Ja, das hab ich schon bewusst so gesagt. Dein Auto vielleicht auch, aber... Ey Leute, wir müssen uns an den Flugplatz stellen. Einer stellt sich hin und alle anderen fahren mit 300 rein. Nacheinander. Ich würd sagen, wir spielen... Okay, machen wir. Dann würd ich sagen, da müssen wir aber leider... Da müssen wir aber echt leider das Fahrzeug wechseln. Weil das macht viel mehr Sinn, mit so nem dicken, fetten Fahrzeug das dann zu machen. Zum Beispiel. Wir nehmen... Oh, vor allem ist da VZ-Weref. Den können wir... Oh, der verschwindet! Ich wollt den Kohleautomaten mit zum Flugzeug nehmen. Warte, ich guck mal was ich wirklich... Wo ist der Kohleautomat? Ich will Kohle. Der ist verschwindet, wenn man den rammt. Der ist verschwindet! Der ist verschwindet! Der ist verschwindet! Der hat meins Deutsch mit. Damit ich das auch noch wiederholt hab, wie so ein kleines Kind. Der ist verschwindet! Der ist verschwindet! Lol, lol, lol! Der ist verschwindet! 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 Der kann nur 92, aber es tut genauso weh, wenn man reinfährt. Was kostet denn hier eigentlich so ein Lieder? Ich stell mir grade vor, dass irgendjemand diese Folge guckt und sonst nur einen von uns abonniert hat und nur bei einem von uns schaut und dann die anderen Coden zum ersten Mal hört und denkt so... Was ist denn das für ein Sof? Was ist denn das für Spastis? Die haben dann direkt eine Abo-Date direkt weggenommen. Die machen diesen typischen Minecraft-Rum-Gebrüll-Content, oder? Boah, Alter! Nee, nee, wieder mit gerammt! Hast du das jetzt grad gekauft, da drüben, oder was? Ja. Gibt's das in den Tankstellen-Shop, oder was? Nice. Ja, Snack-Automat. Das ist der neue Sixth, der hier... Der neue Sheddy Silikas. Der neue Sixth. Das ist der neue Tetra-Park. Ja, auf, dann... Ja, würd ich sagen, fahren wir zum Flugplatz und das, was wir hier verwirklichen wollen, das machen wir dann, äh, in der nächsten Folge. Dort. Ja, gut, ich warte dann hier am Flugplatz auf euch. Ja, Moment. Hast du das jetzt hingeportet, oder was? Ja. Ich mich auch. Ich... Ja, dann porten wir uns halt hin, dann machen wir doch noch diese Folge. Dann machen wir jetzt keinen, äh, Cliffhanger am Ende. Oh, da fährt jemand mit dem falschen Auto drauf. Nein, Spaß. Ja, wir können ja uns ja hin teleporten und trotzdem Cliffhanger machen. Klippenhänger! Klippenhänger! Klippenhänger? Genau, und dann geht ab. So, wer... Wer möchte denn jetzt, äh, vergewaltigt werden? Ich! Ich! Wow! Wer hat jetzt grad ich gerufen? Warum geht's denn jetzt? Ich, 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 ich... Gib mir die Roofies! Was machen wir denn schon? Gib mir die Roofies! Vor allem so bereit dazu... Bereit dazu zu sein, derjenige zu sein, der den Schaden davon trägt und trotzdem Roofies wollen. Oh Gott! Du machst das schon freiwillig, Mann! Ich hab kein dickes Ding, fährt mir gerade auf. Was machen wir denn? Offroad-Action, oder? Mein Beileid. Oh, ich... Ja, entweder ein Runner oder Offroad oder irgendwie sowas. Ich hab nur... Kack-Autos seh ich grade und vor allen Dingen sind die alle schwarz. Oh stimmt, Runner, ja, da macht ein Runner mehr sein. Ich höre mal nicht Sex. Hadouki, oh Gott! Ja, da haben sie immer ein dickes Ding. Die Wertung kommt jetzt von deiner Seite. Ich hab nur Kack-Autos und die sind auch egal. Wobei ein Runner macht, glaub ich, echt mehr Sinn. Nehmen wir einen in Ruhe. Der ist auch stärker. Ein Runner? Sieht auch richtig scheiße aus. You know you better run, 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 run. Kann der Whisper. Oh, ich hab das perfekte Auto, was gehittet wird. Alter, ja, man. Ein Golf 1 würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, aber kein vollgetunten Runner. Ist das schlimm? Nehmen wir einen BMW. Neh, hab ich auch nicht. Ich nehm grad auch so ein geiles Ding. Machen wir deinen Runner da alle. Was haltet ihr von dem als Opfer? Ich halt nicht viel, kleine Käfer zu quälen. Die haben auch Gefühle. Haben sie? Ja. Hä? Ja, aber kein Impact auf jeden Fall. So, Moment, dann schnapp ich mal... Ist das jetzt ein X6 mit dem M3-Design? Ja, das wäre, wenn ein M3-GTR fett werden würde. Ja, so sieht's nämlich aus, wie wenn er ein bisschen in die Jahre gekommen wäre. So, Moment, irgendein Auto, was schwer ist, was stark ist, was... Die sind ja beide ungetun. Also prinzipiell jedes Fahrzeug, in das du dich reinsetzt, ja. Das haben wir schon verstanden. Wow. Was für breit und fett. Oh, ich muss mir angeboten, Luftfahrwerk rüber reinzumachen. Hab ich schon wieder nicht drin. Ich hab zu weniger, das ist das Problem. Ich hab auch zu weniger. Kann man zu weniger haben, du... Ich hab auch 10 oder so. Wenn du 80 Stunden... Ich krieg kaum welche, Alter. In jeder 20. Box vielleicht. Ich hab fast in jedem zweiten dieser Dingskisten, hab ich ein Luftfahrwerk drin. Ich hab heute, jetzt gerade vorn beim Grinden, mal seit ein paar Stunden erst mal wieder ein Luftfahrwerk bekommen. Ich hab vielleicht 10 Stück, das war's. Dave, das ist doch nicht ein leichtes Fahrzeug. Ich hab zwei. Ach so. Ich dachte, Lukas will, okay. Doch, Dave. Ich hab schon recht gesagt. Mach doch mal hin, ne. Irgendjemand anders hat auch gesagt, er möchte massakriert werden. Gut, ja, das hatte ich halt auch so verstanden, aber... Dave sucht ein Auto aus, betiteln. Dave sucht ein Auto. Er sucht einen V8-Wagen mit 400 PS etwa. Der aber leicht ist. Bis 12.000 Euro. Der aber leicht ist. Die Polizisten fahren den Passat mit 150 PS. Ein sehr hassenswertes Auto, wie ich in dieser Let's-Play-Folge gemerkt habe von dem Golf. Weil ein Scheinwerfer kaputt ist, ist doch ganz klar. Ja. Irgendwie kann man nur. So ne einäugige, so ne einäugige, äh... So, ich steh jetzt auf Mittelstück. Der geht aber ab, oder? Wenn ich dir in die Wand drücken könnte. Was? Wo? Wir drücken den gegen die Rampe, dass er richtig schön wegfliegt. Stell dich mal hinten am Ende an die große Rampe. Moment, wollt ihr nacheinander? Ja, das ist die Sache, ja. Ich könnte sich vor das Flugzeug, vor die Barrikade da stellen. Dann knalltest du voll in die Barrikade rein. Ja, dann machen wir das so. Auf geht's. Ich sollte vielleicht meinen Xbox-Elite-Controller ausstecken, sonst ist mein Boden kaputt. Du kannst ihn auch gerne an die Kirschkante legen. Sicherheitshalber. Oder du hältst ihn in der Hände, um den Impact ein bisschen besser zu spüren. Um so ein bisschen mehr zu vermitteln, was der Golf gerade spürt. Genau. Ich sag immer, der Xbox-Elite-Controller ist der erste Controller, bei dem du Angst haben musst, dass dein Boden kaputt geht, statt dem Controller. Setz dich mal drauf, Dave. Ja, das Problem hatte ich auch beim Nokia 3310. Ich bin jetzt unter dem Flugzeug, Leute. Links oder rechts? Nee, davor direkt, ne? Direkt davor, ja. Okay. Okay, ich mach mal die Kamera unmittelbar hinterm Flugzeug. Ja, ich würd sagen, wir fangen einfach entweder links oder rechts an. Fangen wir links an. Ist ja irgendwie typisch, dass der Österreicher wieder rechts steht, aber mehr sag ich dazu jetzt nicht. Wow. Er lacht noch drüber, das ist alles gut. Guck, Master, los. Guck. Gucki. Das ist kein Humor. Spure Ernst. Okay. Okay, er kommt. Er macht auch weiter. Kann nicht wahr sein. Dann fahr ich auch weiter, ja. Ich bin hinter der Rampe. Ah, nee, das ist Gucki. Entschuldigung. Oh nein, ich wurde zurückgesetzt. Boah. Wenn der Rampe steht, irgendein muss sich ja rammen. Ich wusste nicht, ob... Ah. Gucki, welche Farbe hat dein Auto noch mal? Da kann man keinen Unterschied finden. Warte, ich hole ein anderes. Deswegen hab ich voller Pflicht drauf gehabt. Gucki, welche Farbe hat dein Auto noch mal? Ja, wie wäre es, wenn Dave einfach so ein Bullseye aufs Auto drauf macht? Dann wäre das mit dem Zielen einfacher. Gibt auch sicher so Kreuze für das Auto. Ich weiß, wie man es leichter kriegt. Einfach die Scheinwerke. Einfach die Nüchte ausmachen. Aber wir spielen Hockey sehr gut. Scheinball. Autoball. Golfball. Golfachter. Oh nein. Nice, Dave. Was in Forza Motorsport 5? 5 glaub ich war, das haben wir noch Isetta Ball gespielt. Ja. Und in Horizon 3 auch. War das nicht 6? Nee, es war 5 meine. Oder 6. Nee, es war 6. Ja, stimmt. Es war 6. Und in Horizon haben wir Isetta Ball auch noch gespielt. Jetzt spielen wir halt Golfball. Klingt auch lustig. Klingt auch lustig. Man kann auch Polo spielen. In dem Spiel leider nicht, aber... Naja, ihr merkt schon, in dieser Folge wird nix produktives mehr passiert. Das würde ich einfach mal sagen an dieser Stelle. Alter, woher kommt das? Nix produktives? Das hat einen Blick-Flip gemacht. Der hat einen Klub geschossen, Alter. Das wäre ich. Dann haben wir jetzt immerhin einen positiven Effekt gehabt. Moment. Kann ich eigentlich sowas wie den X6 hochschaufeln irgendwie? Ich meine, der ist so ein richtiger... Ja, der ist so ein richtiger... Hey, hör auf, Duki! Ich kann dich gerade ausfahren, wenn du das so machst. Hör auf! Moment. Nein, wir können Dave davon abhalten, das zufrieden. Nein. Das wäre halt geil, weil ich hab halt diese Frontstoßstange, die sehr, sehr strange ist. Guck mal, wie ein Fremder einfach einsteigt, Dave zu rammen. Der hat auch gemerkt, was hier Sache ist. Moment. Ich hätte eine Idee. Kann mich irgendeiner anschieben und wir gucken mal auf, wie viel Geschwindigkeit wir den Golf kriegen? Dann müssen wir auch ein Fahrzeug nehmen, was auch viel Geschwindigkeit hat. Wie zum Beispiel ein Regera. Ja, Gugi, du hast doch den R8. Ja. Voll getunt? Ja. Sehr schön. Ach, der Panamera wieder. Ist eh klar. Immer diese Porsche-Fahrer, ey. Immer diese Familien-Porsches. Familien-Porsche beim Panamera. Panamera ist alles andere als ein Familien-Porsche. Der hat nur vier Plätze. Ja, mehr wie ein GT3S. Kino. Boah, was ist das jetzt für eine Aussage? Mehr wie Kino. Mehr Plätze wie GT3S hat, ist ein Familienfahrzeug. Das halten wir jetzt einfach mal die Fakte so fest. Ja, komm, Dave. Stell dich jetzt hin. Ja, Moment. Also im Autoquartett sind das zählende Werte auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kategorie Familien-Auto. Wie viel Sitze hast du? Ich habe einen McLaren M1, der hat drei Sitze. Boah, krass. Ach, Leute. Wir wollen irgendwas Lustiges hinbekommen. Soll ich aber auch selbst ein bisschen Gas geben, oder? Eigentlich bin ich schon nicht bei der Abmoderation, aber ich bin ja auch. Ja, ich bin selbst. Ja, jetzt. Sorry, Cookie. Deswegen, wir hören auf, wenn es am besten ist. Wir werden aber nochmal eine Folge machen in der Truppe, keine Sorge. Wir sehen uns. Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.